Hallo Alexandra und Servus aus Wien. Alexandra, danke, dass du mich durch die 3 Sessions begleitet hast. Nun, wie bin ich zu diesen 3 Sessions gekommen? Ich war Anfang Februar bei einem Online-Tagesseminar mit Daniel dabei, habe danach sein Buch gelesen und mich mit seinen Meditationen beschäftigt und dann beschlossen, im April noch einmal an einem Tagesseminar mit ihm teilzunehmen. Das habe ich dann gemacht und danach war es für mich ganz klar, ich war sehr neugierig und habe dann gleich anschließend die 3 Sessions bei Alexandra Viertel gebucht und Alexandra hat mich liebevoll durch die 3 Anwendungen begleitet. Während der Anwendungen hatte ich sowohl physische als auch emotionale Reaktionen und vor allem nach den ersten 2 Anwendungen war ich ziemlich müde. Nach der 3. Anwendung war ich aber voller Power, war erleichtert, war relaxed und seit diesen 3 Anwendungen gehe ich viel öfter in gute Gedanken, bewusst in gute Gedanken und ich frage nicht so oft nach, ob ich jetzt etwas tue, sondern ich mache es einfach. Ich handle und ich tue und das bringt Power und das bringt auch Freude. Ich bin absolut zuversichtlich, dass ich meine gewünschten Ziele erreiche. Wenn du auch in deinem Leben etwas anderes haben möchtest, dann lege ich dir die Methode Instant Change sehr ans Herz. Alles Liebe